Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Herzlich Willkommen zu League of Legends. Ich begrüße ebenfalls für eine neue Runde League of Legends. Wir wollen Sie herzlich begrüßen bei der neuen Fahrt nach Top Lane von Beschwörer Plattform sowie von Beschwörer Plattform als Supporter auf die Bot Lane. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, ist okay. Musste mal gesagt werden. Did you know, that Karmas Ulti ist ab Level 1 verfügbar? I know. You should push. You should pull the blue. You know? Ich spiele so eine interessante Frau, die wurde letztes erst überarbeitet. Ich habe sie noch nie gespielt. Sie heißt Karma. Wie gesagt, ihre Ulti ist direkt verfügbar. Jetzt bleib doch mal stehen, endlich. Mach mal deine Sprüche, komm, hau raus. Und die Ulti macht halt so Zusatzeffekte auf die anderen Fähigkeiten. Ihr wisst ja, was man so sagt. Das Karma ist euch immer auf den Fersen. Ha, ha, ha. Oh, das ist Nougat-Schnitte. Guck mal. Ja, ist gut. Ja. Du hast ja irgendwie sowas Drehen, das... Wenn ihr in Frieden strebt, müsst ihr euch auf den Krieg vorbereiten. Das ist meine Ulti. So, äh... So, das sind wir. Amu geht in den Jungle. Du musst übrigens F2, also die F-Tasten, äh, Funktionstasten, gedrückt halten. Dann gehst du zu den Champions. Jetzt bist du das. Das ist, wenn ich F1 drücke. Und, äh, Cast-Peya, die Schlangenfrau, bei der es etwas schwabbelt. So. Doch, ich drück die F1 bis F5. Dann wechselst du so zwischen den Champions. Ja, du musst auch, äh, Z drücken dann, ne? Also, dass du die Kamera frei hast. Ist logisch, ist Voraussetzung. So. Ähm. Ich spiele Pantheon mal wieder, es tut mir leid. Ich hätte gern jemand anders gespielt, aber, äh, es ging leider nicht so richtig. Nee, du kannst einfach keinen anderen. Äh, doch, ich hätte Jax oder so spielen. Ja, ja, ja. Oder Shen. Ja, ich hätte mich auch für Shen entschieden, aber... Weißt du, es gibt so viele Top-Laner und du wählst Pantheon. Oh, wir haben Soraka als Gegner. Ja. Ich hab vorhin gar nicht geguckt, wen wir haben. So. Ich spiele gegen JC, ein Nah- und Fernkämpfer. Was ruckelt das denn? Also bei mir ruckelt es leicht. Bei dir ruckelt es echt? Hm. Hm. Warum pushen die denn nicht? So. Ich mein's im Ernst, dieses... Christina könnte langsam mal pushen. So, ich mach einfach mal hier einen Fahrt. Oh, scheiße. Sorry. Ach, war das schlecht. Das war schlecht von mir. Ich hab gleich kein Mana mehr. Was ist hier los? Das tut mir natürlich leid. Der war... Ah, gut. Den hab ich geblockt. Das fand ich gut. Ähm, genau. Ich hätte einen Mana-Trank statt einem Heiltrank mitnehmen müssen. Naja, egal. Lol, der JC kauft sich Stuff wie ein Supporter. Okay. Ist... Ist eine Möglichkeit. Das kann man aktivieren. Oh. Ich hab grad meine Ulti aktiviert. Oh. Mein Gott. Äh. Wer hat eigentlich First Blood bekommen? Die Gegner. Die haben mich gekillt. Oh, Mann, ey. Karma. Ist so ne Noob-Playerin. Karma Free-to-Play und dann spielt den auch noch einer. Ja, dafür sind Free-to-Play-Champions ja auch da, ey. Free-to-Champ-Play. Free-to-Champ-Players, weißt du? Lalalalala. Ja, äh, genau. JC kann zwischen Nah- und Fernkampf wechseln. Was eigentlich ganz cool ist. Und, ja, irgendwie... Gerade ist er im Fernkampf. Und dann kann er aber auch Nah-Kampf wechseln. Die Antwort liebt in die Nacht. Mann, Mann. Ich hab' ich mir ein Schild machen können. Dein Schild? Ich hab' auch ein Schild. Ha, ha, ha. Du hast ein anderes Schild. Ja, ich hab' ein, äh, physisches... Du hast ein, äh, mentales. Ich hab' letztens noch ein Spiel gehabt. Hast du? Da hat, ähm, die Gegner-Karma richtig gerockt. Also... Die Gegner-Karma hat gerockt? Hat die auch gepoppt? Ha, ha. Ha, ha, Witz. You know, Rock und Pop, Musikrichtung. Ja, genau. Das sollte ein Witz sein. Ja, der war sogar halbwegs lustig. Ja. So für dich nicht. Ja, stimmt. Oh, ist ganz toll, ey. Der Junge ist ganz toll. Ich hasse den. Sobald ich keinen Mann mehr hab, ist, geht hier, äh, Bach runter. Aber so richtig, ne? Okay. Go. Lol! Hat der sich geflasht? Was ist hier los? Der hat sich nicht ernsthaft geflasht? Was los? So, ich muss da wieder Level abkriegen, dann kriegen wir hier ein bisschen Mana wieder auf der Hand. Hat der eigentlich einen Jungler? Ja. Die haben Jungler und zwar Malford, genau. Ist eine ordentliche Rüstung. Ich hab' den Spruch sogar bis hierher gehört. Hast du kein Headset auf? Äh, doch, ich hab' ein Headset auf. Echt, du hast mich bis dahin gehört? Wir wohnen aber ziemlich weit auseinander. Ähm. Du wohnst ja am Arsch der Wild, ey. Na, ist klar, ne? Soraka geht. Ja, Soraka geht. Ach, Soraka hat gewordet. Das Mälkchen, guck mal. Gott, topwartet. Ist da... Amumu Intelligenz, Bolzen? Ey, der ist ernsthaft an einem Lowlife Gegner? Einfach... Ne, okay, Lowlife ist übertrieben, aber... ...einfach an einem Gegner vorbeigelatscht. Was los? Tradition und Revolution. Au. Ja, okay, das hätte ich wissen müssen, dass der nicht wegrennt. Amumu, du bist so scheiße! O-M-G, ey. O-M-G. Naja, okay. Eins, zwei, eins. Ja, Noob don't have mana. Okay, okay, ich nehm mich zurück, meine Fresse. Ich weiß, dass du kein Mana hast, ich hab's gesehen, aber... ...interessiert mich generell nicht. Soll ich mal Ulti raushauen? Auf wen denn eigentlich? Ups. Wie läuft's denn bei euch so? Jungler ist in Basis, du gehst auch drauf. Oh, da liegt Dingens. Weißt du was, ich komm mal kurz runter. Das ist gewordet, ne? Hallo? Sag mir, wo Tristana ist. Das ist toll. Attacke! Utsch. Nein! Jump die hier über der Wand! Oh, Mann! Ja, okay, die sind... ...ne gute Kombination, das muss man mal betonen. Aber das Cassiopeia in der Mitte steht, da hab ich ein Problem mit. Da hab ich ein echtes Problem mit. Also, darf ich das Game mal zusammenfassen? Unser Jungler ist scheiße. Ja, der Top Tower ist auch da und das ist toll. Cassiopeia hilft nicht. Und sonst hilft auch keiner. Und am Mumu tre... Okay, einmal hat er jetzt getroffen. Aber eben hat er, äh... Soraka einfach so verfehlt. Und am Mumu... Äh, einmal hat er getroffen. Perfekt. Autsch. Komm, geh Tower-Dyven, Junge. Ich will dich töten. Wenn ihr den nicht kriegt, den kennt. Komm, Soraka. Den kriegt sie nicht, das kannst du vergessen. Wie gesagt, ne? Ich steh mal lieber weg da. Ja, aber ich... Ich bleib jetzt erstmal hier oben. La, 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 la. Weiße, riesel, der Schnee. Das entspricht zwar nicht den äußeren Umständen gerade, aber... Aber morgen soll's wieder, ne? Hier richtig reinhauen. So kälter werden wieder, aber nicht schnell. Boah, so, okay. So, ich kann... Karma hat vier Stufen ihrer Ulti, ne? Mhm. Ich hab auch schon mal Karma gespielt. Zwar off-screen, aber ich hab Karma gespielt. Ich hab noch nie Karma gespielt. Hab ich gemerkt. Weil ich spiel grad Karma. Oh. Hab ich gemerkt. Echt? Hast du grad mal. Ja, klar. Was hat denn der 193? Macht der... Ach, ne, der macht nicht AP. I sort so. I sort so. I target so. So. Amur tot. Was macht der eigentlich... Das macht der eigentlich... Das ist die Tristana. Alter, guck dir Tristana an. Boah, haben wir ein gutes Team. Ja, muss ich sagen. Lassen mich sterben, einfach so. Ich hab gedacht, wir greifen zu dritt an. Hast du grad deine Ulti? Ja, aber die, äh, lass ich nicht für dich. Boah. Hau lieber ab. Kriegst du nicht. Wie gesagt. Oh, Mann. Ich hab's dir gesagt. Ja, es ist der beste Toplaner. Ich hab doch gesagt, hau lieber ab. Den kriegst du nicht, aber... Ich weiß. Aber ich kann's ja mal versuchen. Wenn du doch weißt, dass du es nicht schaffst, dann lass es lieber. Naja. Ich wusste nicht, ob ich's schaff oder nicht, aber er ist einfach stärker. Ich will das da. Ach, das ist wieder so ein Game, das mich so richtig anpisst irgendwie. Naja. Soll mir recht sein. Ich hau gleich erstmal meine Ulti raus. Einfach in die Mitte vom gesamten Spielfeld. Dahin. Oh, Killstealer. So ein Noob, ey. So, das hab ich ja noch nie gesehen. Ey. Das war ein Killstealer. Alter Schwede. Okay. Nein. Naja. 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 Super. Ist toll. Alter, der Momo hat mir mal einen einzigen Kill gesteilt. Find ich super toll von ihm. Yeah, zwei Sists. Doppelkill. Nein. Nicht Surrender. So, Amomo. Noob, Killsteal. Also ehrlich hier. Diese Sprache. Ja, sorry, muss ich mal sagen, weil das war ernsthaft ein Scheiß-Killsteal. Äh, Loob, sorry. Äh, äh, hä? Logik hinter dem Ganzen? Was jetzt? Ja, ich weiß auch nicht. Ist doch ein Loob oder entschuldigt er sich bei dir? Äh, Moment. Ich glaub... Er leidigt dich und entschuldigt dich anschließend. Äh. Kill for skill. Meine Herren, ey. Wird bei euch gebohrt oder so? Nee. Aber ich glaub, er nimmt bei mir grad gar nicht auf. Irgendwas rattert die ganze Zeit. Jetzt nimmt er bei mir auf. Die Frapszahl war grad pink und ich dachte so, what? Pink? Hä? Egal. Wahrscheinlich geh ich wieder drauf. Danke! Sie hat mir ein... Er hat mir einen Kill gelassen. Du hast den Kill gekriegt. Ja, na endlich aber. Na voll. Jetzt hab ich extra Klarheit gewählt, weil ich gedacht hab, brauche ich bestimmt ein bisschen Mana. Ja. Jetzt verbrauche ich mein ganzes Mana gar nicht. Ist klar, ne? Ich bräuchte Mana. Falls du grad hast. Klarheit. Oh, merci. Heilung. JC, JC, JC. Ist super. Ist super. Solange du es nicht warst. Naja. Naja, ich mein nur... Man sieht doch, dass er Lust heil macht. Dann rennt man doch nicht rein. Eigentlich nicht, für wo. Naja. Quinniboy. Jetzt hab ich... Oh man, ich hab ja auch noch ein Schild gegeben. Ja, das hat mir nur nicht mehr viel gebracht. Oh man hat den Kill bekommen, echt. Da konnte ich jetzt aber nichts machen. Weil er sofort geschossen hat. Ich hasse JC, dass er so zwischen Nahkampf und Fernkampf irgendwie wechseln kann. Ja, ist blöd. Gehst du mal top oder so? Ja, geh ich eigentlich. Ähm. Genau, das wollte ich dir ja im LP erzählen. Und zwar, Grongs tausendste Folge ist mal hier angesagt, ne? Gar nicht. Er macht ja... Ja, nee, eben nicht. Heute kam 99,3 raus. Drei, genau. Er macht ja immer diese Komma-Folgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was meinst du? Macht er eine tausendste Folge? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er eine tausendste wirklich macht. Also es kann gut sein. Wir werden es dann ja sehen. Wenn dieses Video hochgeladen wird, ist wahrscheinlich schon die tausendste raus. Wenn er eine macht. Weil er meint auch, ähm, die Erwartungen an ihn werden so hoch gesetzt, der kann er gar nicht mehr gerecht werden. Und, äh, also wer es nicht gesehen hat, wir erklären es nochmal. Und die Erwartungen, da kommt er einfach nicht mehr hinterher. Er kann nur noch Überfolgen machen als Specials. Und, äh, mehr ist für ihn nicht mehr drin. Überlange Folgen, das haben wir gemeint. Ich kann nix machen. Ich meine, dass ein Supporter allein hier stehen. Gutes Team. Den mach ich auch immer. Support allein stehen lassen. Das ist mein Hobby. Ich meine, der Supporter, der soll supporten. Eigentlich. Gerade wenn ich nur den Kills, wenn mein Team nix drauf hat. What the fuck? Warum hast du deine Ulti gemacht? Du hast einen Kill gekriegt. Ne, ich war in den, den Cannon. Ja, und du hast trotzdem einen Kill gekriegt. Ja, ja, Killsteal. Das war ein Killsteal. Ich warte jetzt noch hier die paar Sekunden. So. Solche Gitte, der nix. Jungs. Nika ist... Nix. Hey, der hat nix geschrieben. Ah, der hat nix geschrieben. Sag ich doch. Scheiße, ich muss hier weg, ey. JC Sunzeway. Oh, Mann. Was brummt denn bei dir? Ja, das merke ich jetzt erst. Das ist gerade... Echt super, wie der unsere Nachbarn, ey. Ich hasse sie. Ich hab's doch gewusst, die Bahn. Ja, ich hab's gar nicht gehört, weil mein Spielsound grad so laut war. Ich hab's erst auf dich gehört. Wie willst du das aufnehmen? Wow. Ja, ich glaube, wir müssen eh dein Ding jetzt benutzen. Ich war mal kurz hier, so, weißt du? Ja, daneben. Weiter geht's. Wollte ich eigentlich doch irgendwas erzählen? Ich weiß es gar nicht. Wollte ich noch was erzählen? Ja, ich glaub schon. Ich hab keine Ahnung. Ich hab die ganze Sache getankt, also, äh... Der Kill an JC war völlig berechtigt. In zehn Sekunden geh mal rein. Warte, hast du dann deine Ulti? Mhm. Benutz die mal für was Besseres. Warum? Teamfight medizieren, dafür ist sie da. Power Defending zum Beispiel. Ja, okay, geh mal rein. Oh, ganz toll, ich geh raus. Jetzt hab ich meine Ulti aktiviert. Für nix, für nix, nix und wieder nix. Ja, ich indiziere, alles geht so halbherzig mal hin. Äh, und keiner geht weiter. Ja, Amomo Level 9. Ich bin Level 10. Good job, äh, good job. Ähm, what will ich mal holen? Ich wollte mir mal... Ich geh auf Tank übrigens. Ich geh auf Tank. Und zwar auf Fähigkeitsstärken-Tank. Wollte ich mal probieren. AP-Tank. AP-Tank, ja. Was, AP mit Pantheon? AP-Tank. Ähm... Ich mein, mit Pantheon, bist du blöd? Ja, dann... Ich mach Hybrid-Tank, alles klar. Warte. So. Ja, ich komm doch, Amomo. Lol. Im Flash geflasht. Im Flash geflasht? Oh, Mann. Boah, 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 boah. Triple! Triple! Yeah, Baby! Yeah. Ah. Komm, weiter geht's. GG, die machen Dragon. Genau, lauft mal schön durch unseren Ward. Ist toll, wie ihr alle kommt. Ja, ich bin nicht so schnell wie du. Tut mir echt leid. Und wieder werde ich tatenlos zusehen. Du entkommst, ne? Daneben, daneben. Ja, ich hab noch Flash, aber... Ich würd sie gern töten. Ja, tut mir leid. Mir auch. Kann ich nicht. Also ich könnte, aber ich bin kein AD-Carrier oder sowas. Nee, ein Potion. Eine Cola mit, äh, Heal-Effekt, bitte. Okay. Zumit... Ja! Zögert nie. Okay, ich hab überlegt, ob ich Kennen noch angreife, aber... Lassen wir besser. We underlaid that better. So. Hat's kurz Klick gemacht, weil ich, äh... Das Licht angemacht habe. Licht? Tust du das? Ja, sowas... Oder hast du es getan? Wir alle müssen unsere... Ähm... Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, was ich kaufe. Ganz ehrlich, was soll ich machen? Rennen. Run, run, run away, run away, baby! Über... Good job! Läuf! Yeah! Good job! Die Kassio geht ab! Ja, die Kassio geht ab. Ist klar, ne? Wahrscheinlich kommt er gleich so ein Ding ins Geschnibbelt. Oh! Oh! Supporter killstiel! Good job! So, macht nix. Äh... Wär zwar schön gewesen für mich, aber ich hab ihn nicht. Ich hab kill. Dragon, 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 dragon. Dragone, dragone. So, machen wir weiter. So, hat der Mumu rette Baffe? Ah, der Mumu hat rette Baffe. Sach bloß. Rette Baffe? Gar nicht. Ja, der hat wohl... Red Bull Buff. Den Red Bull Buff. Ah, ich geh besser. Warum? Weil ich keinen Bock hab. Weil hier... Steht. Also... Konzentriert euch. Ist toll, dein... Deine Unterstützung, aber die bringt mir so gut wie... Äh... Zwei Pferde. Und Lauftempo. Und Lauftempo. Also zwei Pferde und Lauftempo. Genau. Ich geh dann mal. Ja, ich auch. So, jetzt macht meine Ulti nämlich... Äh... Plus 64 Schaden. Und das haut rein. Oha. 64 Schaden. So wie Ionia sich verändert, das muss auch nicht mehr ändern. Ich muss echt sagen, das ist... Hohoho, angekommen Killgesteal. Ziemlich starke Leistung. 64 Schaden. Lol, I'm Gott gleich. I'm Gott gleich. I'm Gott gleich. Wie sich das angehört hat. Lol, I'm Gott gleich. Ah ne, da ist ein... Wort, ne? Da ist ein Canon. Da ist ein Wort drin. Ja, auch... Ein Wort auch. Uuuuuh, good job, Canon. You hit me. Haben die eigentlich mehr AD oder mehr AP? Mehr Äpfel oder mehr, äh... Ich spiele auf AP, ne? Ich hab 6 Fähigkeitsstärke und 90 Angriffsschaden. Dein Ernst? Ey, da hab ich ja mehr AP. Guck mich an. Ich hab mir erst mal Ägide der Legion geholt. Dafür hab ich Rüstung. Tod von oben. Wah, jetzt sollten wir uns verpissen. Okay, oder auch nicht. Hab ich gelogen. Tut mir leid. Nein! Das war ein Träffär. Äh, hat der doch Glatz? Mein Blutrausch beendet. Dabei war ich doch so schön blutig. Der ist tot. Siehste? Hier, ich bin ein Hellseher. Ich kann dir sogar sagen, wer wann stirbt. Oh, Cassio. War ja nicht voraussehbar, ne? Ne, ne. So, gucken wir mal. Der ist tot, der ist tot. Äh, Raven latscht sich einen ab. Die rennen noch. Die sind noch unten dran. Ja, mit meinem Speed-Buff. Ja. Ach nein, Cassio. So bunt. Yeah, Cassio. Cassio ist Gott gleich. Nein, Cassio. Double kill's team. Was fun. Ja, I'm sorry. Oh. So steht euch niemals. Um der Dingens. Zwei. Nein! Good job, Ken. Good job. Jetzt kommt Jace. Ne, nicht. So schlimm ist es Donau wieder nicht. Doch, Jace kommt. Aber Ken ist immer so lacker. Ich hätte noch einen Speer in der Sekunde vorher draufwerfen müssen. Dann wäre der doch glatt tot. He's dead like a... Wumia. Singing over the tree. Wer kennt eigentlich Satellite noch? Oh. Mann, fast geil. Amumu versucht immer mit seiner Ulti zu steal. Ich hab auch fast einen Kill zugekriegt. Hast du gesehen? Nee. Ich hab dir noch meine Kuh reingehauen. Und eine Millisekunde davor oder so ist der entweder gestorben oder ich hab ganz knapp daneben getroffen. So, ähm, jetzt gehen wir noch tankiger. Geht doch gar nicht. Doch, geht. Äh, ich wollte eigentlich gucken. Wir spielen die AP. Äh, Loraca ist Support. Das ist klar. Die spielen AD. AP. AP. AD. Was? AP-AD. AP-AD. Also 50-50. Look my assists. Määh. Ja, klar. So, gehen wir mal hier. Was denn? Habt ihr euren Spaß da unten mal? Ich bin reingerannt. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Höhöh. Hast du jetzt einen Bart? Oh. Cool, du hast einen Buff. Ich geb dir einen Buff. Oh, ich hab einen Bart. Du hast einen Buff. Und einen Bart. Hä? Pantheon hat doch keinen Bart. Nö, aber wollte ich mal so sagen. Ähm. So, da ist Dingens. Dingens ist tot. Okay, kaum komme ich, sind alle tot. Ne, ich riskiere jetzt nicht meine Ulti. Nur für so einen kleinen lilanen Boy. Mini Boy, Mini Boy, Mini Boy, Boy. Mini Boy? Ja, Canon. Ach so. So, jetzt hab ich mal 71 Fähigkeiten. Nein, nicht das, was du denkst. Hä? Man denkt noch nicht immer das Falsche. Was denn? Ich weiß ja nicht, an was du gedacht hast, aber ich hab an... Ich hab Mini Boy, hab ich gedacht. Soll ich mal sinnvoll mein Ulti verwenden? Ja, vielleicht praktisch. Bam. Ja, das war's denn voll. Lol. Und ich konnte noch nicht mal meine Fähigkeit verwenden, meine eine. Weil die blockiert war. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Wenn jetzt Killsteal kommt, dann lach ich aber. Kasplo. Ja, das ist eigentlich eine ordentliche Rüstung, wo ihr herkommt. Ich bin voll der Pusher, ne? Ja. Trägst du etwa Pusher-BHs? Machst du beruflich, ne? Pusher-BHs tragen. Aha. Ah, witz des Tages. Aber nur weil ich ein Pusher bin. Kennen kommt, ne? Ja, ja. Hammer gesehen. Hammer gesehen. Was will der gegen drei machen? Okay, mich gibt's zu. Komm, 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 komm. Okay, okay, okay. Halt, bleib doch da. Ja, good job. Ich hab einen. Hat so meinen Entzündner für rausgewerfen. Doppeltötung. Warum muss ich immer drauf... Ah, aua. Ich würde dir noch ein Schild geben, sorry. Zu springen. Warum konnte ich nicht zu den Vasallen da springen? Ach so, ich kann noch Champions damit. Ah, ich bin noch zu sehr an Jacks gewöhnt, ey. Scheiße nochmal. How on us? Nee. Nee, Malfoy, Tasty und Fert. GG. Aber es läuft doch ganz gut. Gut, also jetzt hab ich meinen Spaß dran. Jetzt hab ich meinen Spaß dran. Jetzt hab ich meinen Spaß dran. Was ist denn mein Clown? Ich weiß, mit der roten Nase. Ja. Ja, genau. Höllenfetter. 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 Und Wille der Ohr. Höllenfetter. Der Uralte will, dann mach ich. Ich hab Wille der Ohr. Geh mal auf... Äh... Hybrid-AD-Tank. AD-Tank. Weißt du? Das ist... Das ist voll Mainstream jetzt. Hybrid-AD-Tank. Warte. Lass mir mal kurz die Vasallen. Nö. Ich will dir mal was zeigen. Boom. Lot. Einfach so. Boom. Boom. Äh, bot, bot, bot. Bot, 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 bot. Ey. Was machst du? Ach so. Ist klar, ne? So. Die wären auch Geschichte. Alter, eigentlich stehen wir gar nicht mal so schlecht da, ne? Nö. Kielsmäßig 41, 28. Ja. 12, 7, 10. Das läuft doch. Wie, äh... Ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Ölfass. Oh, ich schon. Schockierend. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Das ist bestimmt schockierend. Stehe in der Mitte eigentlich noch ein Turm. Sag's mir schnell. Ja. Ja, okay. Schockierend. Toll, wie der sich einfach rausflasht. Äh, Tristana sich einfach reinjumpt und rausflasht. Das mach ich auch immer gern. Nein, ich geh rein und flash mich dann wieder raus. Das ist voll unnötig und macht total viel Spaß. Ich geh dann mal wieder. Ich koch meine Geistessicht. Oh Mann. Du Arsch. Nächster Versuch. Ich will mich jetzt verdammt nochmal porten. Bleib hier, komm her. Nein, ich hab keinen Bock. Nassim ist in 70 Sekunden meine Ulti bereit. Die hau ich dann rein und dann hat sich die Sache. Wow. Genau, wow. Oh, in 5 Sekunden hab ich erstmal eine Ulti. Und Quinn ist alleine. Schön. OMG sagt, äh, Amumu. Ja, würd ich auch sagen. Das Mühchen. Das Mühchen sagt. Amimi? Nein, ist, ist wirklich ganz... Komm, geh weg, ey. Finde ich wirklich super, wie das gelaufen ist. Ich hab meine Ulti angefangen und dann hat Soraka mich gestunnt. In dem Moment. Und deswegen wurde die dann auf 10 Sekunden Abklingzeit gesetzt. Echt? Auf 10 Sekunden? Ja, auf 10 Sekunden. Ich warte jetzt noch. Kommt jetzt jemand? Jetzt kann mich keiner abhalten. Ich hab kein Leben. Ja, generell hast du kein Leben. Weil du Supporter bist. Hä, warum... Wer hat sich noch Wille der Uralten gekauft? Cassio, wir haben doppelt Wille der Uralten. Finde ich gut. Boah, mach ich immer gerne. Und was... Warum ist Wille der Uralten doppelt so schlecht? Achso. Ja, nix doppelt so schlecht. Ist toll, dass Cassio tankt. Ja, ich hab dir ein Schild gegeben. Ich brauch vier Vasallen. Schläge. Oh, sorry. Das wird auch noch mal ein Schild geben. Was machst du? Und, schaff ich das? Nein. Nein! Man! Scheiße! Ah, schade. Der macht ja immer mehr Schaden. Wieviel hat er insgesamt gemacht? 2000 Schaden habe ich vom Turm gekriegt. 2013 Schaden. Ey, das passt zur Jahreszahl. Ist ja geil. GG, würde ich sagen. Warum? Weil es einfach geil war. War eine geile Aktion, fand ich. Weil du gestorben bist. Ja, eine Fresse soll mich jetzt nicht bocken. Vielleicht schon. Nö, macht es nicht. Macht es nicht. Und zwar... Also Leute, jetzt wisst ihr, wir haben es euch beigebracht. Niemals so eine Scheiße bauen. Toll, verkaufen wir mal einen Wandertrank. Dann kaufen wir das. Wieso spielen wie Ryder? Was, bitte? Nee, äh, nix. Nee, ich habe es, äh, gerade... Ja. Game-Tone-Technisch nicht verstanden. War nix. Ach. Guck mal, da ist... Kenne ihn. Willst du Top oder Bot gehen? Also ich gehe schnell... Das hat mir die Abklingzeit. 79, dann gehe ich halt Bot. Ja, genau. Oben ist eh verloren. Lass mich doch alleine hier, Depp. Ah, mache ich immer gerne. Nein. Äh, jetzt mache ich was seilen oder rette ich dich? Mache ich was seilen oder rette ich dich? Rette mich, Mann, du Depp. Tradition und Regen. Ah, gespürt. Nein. 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 Yes. Nein. Ich kämpfe hier gegen drei, verdammte Scheiße, nochmal. Oh nein. Ich laufe voll in die Kette rein. Ah, Mann. Oh, Scheiße. Na ja, ich habe dich etwas... Aber dass die Dingens dich nicht angegriffen hat, wundert mich. Ja, die Soraka. Ich habe gedacht, ich hatte 40 Leben. Kennen easy kill. Ich habe, oh mein Gott, keinen... Nein. Killt ihn. Tötet ihn. Was macht ihr denn? Seid ihr alle tot? Oder was? Ja. Was? Guckt mal, Leute. Das ist doch nicht so schwer. Zwei oben, zwei unten. Ihr seid zu dritt. Die sind auch zu dritt. Logisch. Zwei oben, zwei unten. Ihr seid zu dritt. Oh, Mann. Es ist immer schön, was du denkst, wenn ich erzähle. Zwei oben, zwei unten. Geht das eigentlich? Ne, okay, du hast zwei Ohren, aber du hast nur einen Mund. Vielleicht Nase. Hä? Von was redest du? Von dem gleichen, von dem du redest, dachte ich. Du hast zwei oben, zwei unten gesagt. Und es waren nur drei Leute. Ach so, ich dachte, du meinst von das andere. Ha, ha, ha. Ne, Witz des Tages. Witz of the day. Witz of the day. Witz of the day. Ja, ist gut. Sie werden Krieg kennenlernen, sagt Pantheon. Pass your fire, blue. Sie werden den Krieg kennenlernen. Ja, kein Blue da. Ähm. Mal. Melv ist hier gewesen. Mal. Von wo unten. Ich würde mal sagen, ich mache einen Barren, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ne, da ist er noch. Wahrscheinlich kriege ich gleich auf der Mütze. Ne, warum? Da ist doch Freunde, ne. Good job. Ah, Killsteal. Good job. Ja, ich habe auch irgendeinen Killsteal von der Quinn bekommen, aber ich finde Quinn irgendwie freundlich. Wah, ha, ha, ha. Back, 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 back. Oder auch nicht. Ja, ist toll. Wie der sich einfach wegportet. Wer hat sich denn da weggeportet? Achso, ne, hat er gar nicht. Geh einfach wieder, geh einfach wieder. Und, äh, mach lieber den, ah, den nächstes Tower. Bitte. Ist das Tower? Scheiße. Das überlebst du nicht. Nein, mein Herz, Kerstin, überlebt, um zu verteidigen. Oh, ich habe 1000 Gold. Was mache ich mit 1000 Gold? Ich brauche aber 1080. Bei mir klackt es irgendwie die ganze Zeit. Komisch. Ist das vielleicht so ein Klacken? Ne, lauter. Oder vielleicht so ein Knacken? Nein, das ist eine Taschenlache, ich weiß. Mann, da wollte ich jetzt ein Gewinnspiel draus machen. Nein, wollte ich eigentlich nicht, aber... Achso. Oh, Pessifia, Triple K, wenn du es schaffst. Nein, sie schafft es nicht, aber ich wünsche es nicht. Ich glaube, unser Nachbar hackt Heuls oder so. Komm, bitte. Grin. Ne, wird nix. Komm, die Tristana. Hinter dir. Hammond. Tristana. Ja, ich double kill. So. Aber schön. Wo seid ihr denn? Oh, ihr seid tot. Sach bloß. Sach bloß. Äh, so. Ich bin gegen AD gerüstet. Gegen AP nicht so richtig. Deswegen... Stay together. Ja, toll. Wir sind noch Gather Plays. Wir bleiben noch together. Together. Gather. Ah, gather. Nein, nicht der Tor. Oh, das Item gibt es gar nicht mehr. Oh, ich habe so lange keine Tanks mehr gestiehlt. Nicht der Tower. Er hat noch 50 Leben. Nicht mehr. Oh, das wusste ich gar nicht. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Naja. Leben. Schaden. Leben schaden. Und Leute, was macht ihr? Ist der Tor gleich da? Nein, nein. Kenne, Kenne, Kenne. Näää. Ich mache gleich... Nee, ist total easy. Und ihr... Natürlich kann der. Jetzt sind sie natürlich weg. Eben lief es noch gut. Eben lief es noch gut. Jetzt lief es nicht mehr so gut. Ja, wir gehen mal... Ja, ich mache das. Baron gucken. Scheiße. Ich brauche wieder vier Vasallenschläge. Zwei, drei, vier. Wahrscheinlich kommen die gleich von oben oder so. Was mache ich denn? Schaden. Genau 200. Genau 200 Schaden. Finde ich gut. Ich brauche noch ein bisschen Fähigkeitsstärke. Aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Karma braucht doch keine Fähigkeitsstärke, dass du laberst. Natürlich. Karma ist viel laber. Wenn du den nicht kriegst... Achso, der hat so eine Statue aktiviert. Konzentriert. Wie heißt das Item noch mal? Äh... Habe ich vergessen. Oh, Mann. Zu dritt. Irgendwie... Äh... Amu... Naja, hat keine Ulti. Ist toll, wie wir alle einzeln nacheinander reingehen. Ja, und ich jetzt allein den Nexus, oder was? Hier. Ja, genau. Würde ich mich verarschen? Habe ich mir so gedacht, ja? Ne, wir werden es nicht aufgeben. Aber es war GG, würde ich mal sagen. War played. 4 zu 1 gegen eine Aufgabe gestimmt. Ist ja geil. Verloren, aber es hat Spaß gemacht. War ganz nett. War ganz nett. Also, das bist du nur hier für ein... Positivdenker. Ja, war ganz nett, ne? Ja, ne? Würde ich sagen. Wir sehen uns nicht so. Ne wieder. Sehen wir uns, ne? Servus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.